So, wie kommt es dann jetzt zur Folge? Was ist denn IW7 am Start? So, und jetzt machen wir das weg. Hoffen, dass sich das jetzt gelohnt hat. Schon wieder Bombe. Da ist man jetzt. Flüssigkeit. Bombe. Schlüssel. 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 Jetzt kann ich mir doch... Das Maschinengewehr holen. Ähm. So, Zug. Auf Zug. Auf Zug. So, das Problem ist aber jetzt. Er weiß, dass die Maschinengewehr nochmal so säure. Kann man natürlich sein. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Was? Wollte ich grad sagen. Passt nicht. Waffe her. Waffe her. Bombe her. Und keine Säure. Aber ich hab noch eine Tür mit der Säure. Aber ich hab auch einen Dietrich. Ich habe aber auch einen Dietrich. Ich habe aber auch einen Dietrich. zu. So. 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 Und ich war doch. Das ist schön. Okay, das war's dann erstmal. Dann bist du der letzte Folge gewesen, liebe. Euer Tommi.